Musik Schneller! Welche Viecher sprühen hier eigentlich so einen Scheiß? Drachen. Wenn du mal nach oben guckst in den Himmel, siehst du überall über dir Drachen. Oh, jetzt habe ich hier den Stabmeister bei mir. Siehst du, da kriegst du doch noch was zu tun. Ja, ich war damit auch beschäftigt hier nichts zu tun. Oh, da will ich aber auch hin. Oh, scheiße, scheiße. Aber jetzt kannst du ja gar nicht dazu kommen, oder? Doch, über den Aufwand kann ich ja oben rein landen. Ah. Ja, ja, ich lieg schon wieder hier. Jetzt komme ich! Aufwand! Harrod bin ich. Ich bin bei Harrod. Oh, ich bin tot. Kacke. Hallo? Ich bin tot. 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 Da ist er wieder. Dieser Drachenkotz, der wegt nach. Ja, ja. So richtig andere Drachen sehe ich aber gar nicht. Ja. Das sind so kleine Haustrachen dann, ne? So. Nächstes Gewächs. Ich werde euch rechnen. Ich werde euch rechnen. Hier wieder Ruhe, hier wieder Ruhe. Wo ist der Kerl denn jetzt? Na da. Lass mich in Ruhe auf was dann da. So, ein, ein ordentlicher Angriff, dann ist er weg. Einmal noch Copter mit Bomben, da hatte ich. So, da sind jetzt nochmal Kranken. Der Himmel sieht einfach okay. Cool aus, ne? Ja. Wo ist der Turm da? Hat was. Machen wir den System mal nach. Mal sehen, ob das klappt. Mit dem Aufwind könnte ich es schaffen. Ja, das geht mit Aufwind. Moment, das, das hat jetzt nicht geklappt. Sehe nichts. Gut so. Gut so, halte das Ungeheuer beteiligt. So. Wasser reicht weiter. Ah, okay, da hinten muss ich hinfliegen. Aber ich darf keinen Schaden kriegen, wie ich sehe. Ja. Das sieht gut aus, der ist weg. Nur, überleben. Der ist tot. Glaube ich muss von der Wegmarke neu. Aufwind, Aufwind, Aufwind. Mal gucken mal drum aus. Ja, ein bisschen Leben hat er noch. Ne, der ist fertig. Oh, schwenke. Oh, Video. Video, ja. Sehr leises Video. Krass. Aufgespieß. Hey. So, lohnt es sich da jetzt hinzugehen? Ja. Ja. Wohin? Okay. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich da hinfliege. Also Richtung Baum sieht man einen sehr großen, äh, Truhe. Ne, einen sehr, äh, einen sehr großen Aufwind. In den muss man rein. Praktisch da, wo der lila Kommi und der rote Kommi hinfliegen. In diesen riesen Aufwind. Und dann hin? Und dann bringt er einen ganz hoch. Einfach den Kommi hinterher. Den Kopf hinterher. Äh, den Kopf. Zum Kopf. Und hier kann man dann auch gleich noch einen Heldenpunkt und einen, äh, einen Vista kriegen. Und hier hinten ist dann eben auch eine Truhe. So eine Drachentruhe. Wie komme ich denn zum Aussichtspunkt hier oben? Ja, du kommst mal hierher. Wo denn? Ja, da wo die Kommis sind. Bin ich doch. Bei der großen Truhe. Ach, da bist du schon. So, da ist jetzt ein großer Aufwind. So, und jetzt hast du gekriegt, Widerstand des Drachentruhe der Heldenauswahl. Und wenn du da ganz unten gehst, dann steht da die Kiste des Packkommandos. Und wenn du das auswählst, dann kriegst du Macheten ohne Ende. Also, was heißt ohne Ende? 15 Stück, glaube ich. Okay, hier ist eine Sehenswürdigkeit. Und ich glaube, ich bin jetzt gleich bei euch. Das ist mal eine Truhe zum Plündern. Ja. Und ihr geht jetzt zum Aussichtspunkt? Ja, wir warten hier noch. Also, ich stehe hier zumindest noch. Ja, ich auch. Okay, dann suche ich dich gerade noch. Also, ich stehe hier am Rand. Vorne am Rand, da wo man gelandet ist. Okay. So, und links der Aussichtspunkt und der Heldenpunkt. Also, ich würde wieder in den Aufwind reinfliegen. Ganz hoch und dann nach links rüber. In dem großen Aufwind. Ja. Weil sonst kommt man, glaube ich, nicht hoch genug. Dann nichts endlos? Ja. Erst den Aussichtspunkt, oder? Super, GW2, abgeschmiert. Ja. Du fliegst noch von mir. Ich bin auch noch da. Also, jetzt zu tief. Aber vermuten. Ja, ich fliege nicht so weit. Oder so lange. Das wird nichts. Ich sterbe hier. Vielleicht komme ich noch in diesen Aufwind. Ja, in diesen einen kommen wir uns rein. Sinnvoll ist, erst oben die Sehenswürdigkeit zu machen, weil man dann die Heldenherausforderung zu machen, weil zu dem anderen Ding kann man runterspringen. Das ist mein Schicksal. Ja, ich versuche mal. Aber wenn du tiefer irgendwo landen kannst, dann lande tiefer und dann mache ich ein Portal. Ja, da Aussichtspunkt, da komme ich hin. Ja, komm schon. Reicht nicht ganz. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Wo ist denn der? Den habe ich nicht. Ich müsste vor dem Aussichtspunkt, muss ich eigentlich zwischen. Bei der Truhe ist doch ein Aussichtspunkt. Wie komme ich da hin? Bei der Truhe, ja, 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 du bist doch bei mir. Ja, hier auf dem Stil. Ja, dann fliegt mal mir nach. Wo bist denn hier schon wieder? Siehst du, wo ich bin? Ich sehe nicht, wo du bist. Liebste noch? Ja, vor dem Aussichtspunkt quasi. Da ist so ein Ding drunter. Alles klar, ich mache mich im Portal. Kein Problem. Hat ja Vorteile, dass man zu haben. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich den. Okay. Cool, sehr schön. Ja, danke. So, willst du oben den Heldenpunkt auch noch haben? Dann fliege ich dahin, mach dir noch ein Portal. Super. Dauert einen kleinen Augenblick. Ja. So, da liegt der Kopf. Und jetzt sieht man, dass die Karte noch 19 Minuten geöffnet ist, ne? Und in diesen 19 Minuten, wenn man jetzt zu den Lagern zurückgeht, da ist alles voll mit diesen schädlichen Samenkapseln, die man jetzt mit den Macheten, die man gekriegt hat, in dieser Truhe, wenn man sich die geholt hat. Und auf der Map ganz viele Pilzkaiser. Genau, jetzt kann man hier noch eine Viertelstunde gucken, ob irgendwelche Leute irgendwas hier machen, wo man mitmachen kann, weil viele Sachen braucht man mehrere Leute. Also, jetzt hoffe ich mal, dass das soweit reicht. Ja, Portale sind wahrscheinlich auch begrenzt, ne? Ja. So. Oh, gut, gereicht. Und ein Beherrschungspunkt. Genau. Jetzt mache ich euch fertig. Und Heldenherausforderung. Wunderbar. Genau, und jetzt könnte man irgendwas, was man hier jetzt nicht... Also, wir haben jetzt ja praktisch einiges mit abgehakt, aber das könnte man jetzt praktisch, hat man jetzt Zeit, ne? Noch ein bisschen was hier zu machen. Hm. Ich habe das noch machen können. Wir... Gehen wir vielleicht aus dieser Gruppe gerade raus und machen noch mal eine... Ja. Nur für die paar Minuten. Digi, du nimmst jetzt noch durchgehend auf, oder? Ja. Ja, ja, ja. Dann kannten wir, glaube ich, die Folge mehr oder weniger in die Hälfte. Da, wo ich meinen Absturz hatte. Ja, ist okay. Weil jetzt nimmt er ja gerade frisch wieder auf. Der Absturz, der keiner war. Lade euch wieder ein. Bist du noch im Einsatztrupp? Äh, nee. Ich wollte jetzt gerade eine Dreiergruppe... Einsatztrupp beitreten, steht bei mir. Weil ich bin mit Sascha in einer Gruppe. In Gruppe einladen. Sascha scheint noch im Einsatztrupp zu sein. Nee, ich bin bei... Äh, wir wollten dich eigentlich einladen. Geht aber nicht. Bin aber... Moment, kann ich Einsatztrupp beitreten? Und jetzt sagt es... Wo kann man jetzt hin? Und die ganzen Truhen sammeln? Ähm... In den einzelnen Lagern, an denen wir vorbeigekommen sind. Okay. Bin mal gerade... Also zum Beispiel nördliches, vorgeschobenes Lager. Hm, das ist okay. Ich gehe mal da kurz dahin. Da habe ich schon mal ein bisschen was frei. So, ich gehe noch mal raus aus der Gruppe und dann versuchen wir es noch mal neu. Oh, ganz viele Kapsel. Pau. Naja, hier sind ein paar schädliche Kapseln. Genau. Und eben hast du ja 15 Schlüssel oder so gekriegt, wenn du das ausgewählt hast. Wo waren die drin? Äh, du hast eine Truhe gekriegt. Truhe des Helden oder Truhe des... Und wenn du das ausgewählt hast. Müsstest du im Inventar haben. Ja, ich muss jetzt erstmal Platz sorgen. Erstmal ein bisschen Kleinkram hier. Ich gehe noch zum nächsten. Du bist im Einsatz-Trop. Nee, ich habe verlassen. Nee, Faktor ist im Einsatz-Trop. Bei dir ist Gruppe, weil... Äh... Seltsam ist. Log... Geh mal ins Hauptmenü zurück. Und jetzt nochmal rein. Wo bist du denn? Moment, ich... ...komme gerade wieder rein. In die Karte. Meint jetzt wie? Ich bin hier im Dingsgebiet. Zum Anfang da. Ich laufe ein bisschen frei. Okay. So. Jetzt schaue ich nochmal, ob ich zu euch kann. Ich war jetzt in einer anderen Gruppe. In einer anderen Gruppe. Jetzt könnt ihr mich vielleicht einladen? Ja. Ah. Und diese Kapseln sind ein... Auch eine der wenigen Möglichkeiten... An Kristallinerd zu kriegen... Äh, zu kommen. Das, äh... Wenn man ganz am Anfang der Map... Bei diesem Händler guckt... Da gibt es ja... Irgendwelches Zeug, wofür man Kristallinerd braucht. Ja. Und das kriegst du nur da. Also das kriegst du fast nur an den Kapseln. Und in Storymodus. Ditschi. Du bist vom Vorstoßlager ausgelaufen, oder? Ja, ich hab ein bisschen freigelaufen. Da komm ich nicht hin. Wieso komm ich da nicht hin? Glocking sozusagen. Wo ist denn hier ein Kaufmann? Gibt's hier gar nicht, ne? Die, die, die. Doch, ne. Ich brüchte ein Kaufmann. Da könnte noch eine Sehenswürdigkeit sein. Wenn man schon die Gelegenheit hat, dann kann man auch mal... Oh, wir können mal für dich den, äh, Büfern holen. Ah, ja, gerne. Ich muss kurz gucken, wo der ist. Der ist auf der... ...mittleren Lane, glaube ich. Das ist die Spinn. Ich versuch mal hinzulaufen. Mhm. Alter, muss ich auch ein Portal machen, sonst kommst du ohne Lane-Linie-Gleiten da nicht hin. Wenn ich's finde. Schnell. Fuck. Ich kann mir ganz noch ein Sprung-Rätsel aus, das hier. Ups. Mach, Rollteufel, lass mich in Ruhe. Nein. Hm. Was vorher bricht hier die Spinn ab? Das eine, man muss rübergleiten. Jo, hab ich. Sehr schön. Oh, 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 schnell weg. So, warte, wo bist du? Ja, ich, ich muss erst suchen, ob ich ihn, ob ich... ...hab ein bisschen bewirkt. Oh, ich hab keine. Schnell weg. Oh, Hütze. Na, ein kleines Event. So, jetzt Kaiser, nein. Üfern-Nabe, da ist es doch alles. Mein Tiergefährte ist tödlicher Wunde. Sehr gefährliche Stelle. Jetzt komm mal zum... Moment. ...inso weit bis zum zentralen Vorstoßlager. Zentrales Vor... Ja, genau in der Gegend bin ich gestorben. Praktisch. ...so. Ich glaube, ich bin da. Nö, ich seh dich nicht. Wegmarke zentrales Vorstoßlager. Zentrales vorgeschobenes Lager? Ne, Vorstoß. Ein zurück. Ja, okay. Okay, dann hier den Hüpfelzug. Und gleich auf den nächsten Hüpfelz. Ha, zusätzliche Karten. Und rechts rüber ist wieder ein Hüpfelz. Ja. Oh, komm, ey. Nicht zufrieden, du Arsch. Ja, ich kann mich... Okay. Komm, ich kann mich nicht bewegen. Warte. So, erstmal einen Kuh, mein Mann. So, ich bin auch platt. Na gut. Also machen wir nochmal. Ja. Versuch gar nicht, aufzusehen. So, Hüpfelz. Hüpfelz und da ist auch ein Aussichtspunkt, bin ich das richtig sehe. Ja. Ja, eventuell mitnehmen. Schauen wir. Klappt. So, Sichtspunkt. Genau. So, jetzt rennen wir hier rum. Ja, du guckst noch gut, alles klar. Was seid ihr hier hinter? Sehen wir schon das Türmchen. So, und jetzt... Den hab ich schon. Wo bist du? Da, okay. Ohohohoho. Nein. Ach, Mann. Okay, ich muss nochmal. Ja, ja, ich warte hier. Weil dazwischen war... ... dann doch nochmal ein... ... da ist Löchlein. Apropos Tiergefährte, bitte. Passiv stellen. Dass du aus dem Kampf kommst. Stell ihn passiv und wechsel. Ja, geht gleich. Ach, Mann. Dieses Einfesseln von dem Mordraum ist ja mal extrem nervig. Könnte ich mich rein theoretisch wieder bewegen, hüpfen. So. Die Gefährt ist weg. Wunderbar. Wegschicken. Ja, oder einfach blau. Ist auch egal. So. Nochmal. Ach, Mann. Ach, Menno. Das hat beim ersten Mal wunderbar geklappt. Ja, ja, ja. Ah. Jetzt darüber noch mal hüpfen. Und hierhin. Ja. So. Und jetzt. Hüpf. Alles klar? Ja, ja. Moment, Moment. Lass uns den weghauen hier. Ach, das ist ein Champion. Die Hülle ist kein Champion. Ich hab' den gerade den Champion gehabt. So. Äh, jetzt muss ich erst mal gucken. Wo war das hier? Hier rum? Ja, hier durch. Okay. Oh, warte, 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 warte. Da muss ich auch noch hin. Okay. Okay. Jetzt muss ich erst mal selbst wieder gucken. Wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Ach so, ich muss hier auf die Kante hüpfen. Alles klar. Und, ich warte noch auf. Ja. Ich bin bei dir. Wie kam ich denn da hoch noch? Wie war denn das? Ach, ich kann da unten da durchlaufen, ne? Die Sehenswürdigkeit wollt ihr hier in der Mitte haben, ne? Richtig? Ja, wahrscheinlich ist es der gleiche Ort. Also mir geht's mehr um... Ähm... ...Piefern. Haben wir hier noch ne Sorte? Oh, fuck ey, komm. So, ich, ich spring mal hoch. Hier ist irre was los. Ja? Ich sehe ja, wo ihr steht. Irgendwo geht's anscheinend dazwischen durch. So, wo seid ihr da? Alles klar. Soll ich mal da rüber zu kommen? Einfach Portal. Ja, ich muss erst ein bisschen aufs Portal warten, glaube ich. So, ihr seid da. Okay. Dann versuche ich das jetzt. Seid ihr soweit? Ja. Bald werde ich irgendwo sehen. Ja, ich mach sofort. Reichweitengrenze 5000. Wie weit bist du weg? Weiß ich nicht. Kann man es sehen. Ja, wenn ich das auch mit dem Mord rum, äh, Weg vergleiche, soll das gehen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier oben drauf. Über dir. Ich mach hier das Portal. Und hier her. Ja, wenn das geht. Jetzt reicht das ja. Und jetzt hoch. So. Nicht runterspringen. Kommst du hier wieder hoch? Ja. Gut. Nicht mit der Legende anlegen. Ja. Von mir nach. Dann schnell mein Tier auf, äh, passiv schalten. Ist das da hinten eigentlich legendärer? Ja, hier hab ich auch schon versucht, äh, den zu kriegen. Okay, das haben wir. So, und hier ist junger Elektro-Wüfern. Das ist der beste, das beste Pad, um die blaue Linie wegzumachen. Ja. Jetzt behält der den Namen des vorherigen Pads. Das ist doch ein Blödsinn. Das ist, wenn die Schwumschläge pieksen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen verbackt mit dem Pads. Ja. Kann ich jetzt eins ausbrüten? Hä? Ich hab mal Ei. Kann ich jetzt eins ausbrüten, sag ich. Okay. Ja, sehr schön. Jetzt dürftest du auch fast alle haben, ne? Oder fehlt dir noch der Tiger? Ähm, Moment. Ich schau gleich mal, wenn hier ein bisschen Ruhe ist. Oh, mein Blick drauf. Also ein paar fehlen mir noch. Also junge schwarze Witwe, junge Tiger. Ja, die, die, äh, kannst du, ja, du hast GW1 gespielt, dann kannst du dir in der Halle der Monumente eventuell kriegen. Ja, können wir sagen, Schwarze Moor müsste man, glaube ich, auch in GW1 haben. Hatte ich da, glaube ich, gar nicht. Junge Jaguar, junger Wolf anscheinend. Wolf gibt's nur im WVW. Ah, junger Aars-Verschlänger. Die gibt's alle auf der normalen Map. Naja, das, das ist... Tiger hast du? Ne. Der Tiger ist, äh, wenn man von der ersten Wegmarke links rüberläuft, kommt der. Mitten auf der Karte. Dieser Karte hier. Ja. Erste Wegmarke, Basislager des Pakts. Links. Na gut, dann schau ich da mal. Oh. Was ist?